Ja, schlafen. Ja, ja. Wenn es nicht gut ist, wenn es nicht gut ist, kann man nicht ansiehen, wenn man abläuft. Das ist in zwei Jahren. Ja? Zeig mal. Ja? Ja. Ja. Aber man kann einfach nicht laufen, weil man so steht, dass man nicht laufen kann. Und dann muss man einfach nur ummelden. Oder? Man kann nicht mal weglaufen. Ja, ja. Man muss schleichen. Also hier trifft mein Kopf an. Ja. 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 Ja.